Was ist der erste Rote Karte? Teilweise unglücklich, teilweise selbstverschuldet. Es ist sehr viel gegen uns gelaufen heute. Die erste Rote Karte ist sehr unglücklich. Aufgrund des Zeitpunktes, denke ich. Bis dahin haben wir 1-0 geführt. Es war ein Spiel, das hin und her ging. Nicht den besten Zugriff in den ersten Minuten. Klar, unglücklich. Rot, okay. Unglücklich, keine Gelb-Rote für Frankfurt. Aber das ist mehr als unglücklich. Ich verstehe nicht, warum man die Linie nicht durchzieht. Wir waren trotzdem noch 1-0 vorne und haben versucht, kompakt zu stehen. Wenn wir den Ball hatten, Entlastung zu haben und unsere Nadelstiche zu setzen. Dann wird es schwer. Dann hatten wir ein, zwei gute Konter. Okay, spielen die nicht sauber aus. Kannst du vielleicht ein 2-2 noch machen später. Und dann nimmt er wieder in Allerwels Foul und gibt Osa ein Gelb-Rot. Und dann war das Spiel eh durch. Enttäuscht, ja. Abhaken. Mir geht es immer mehr um die Entwicklung der Mannschaft und für das taktische Verständnis und so weiter. Weil wenn das stimmt und wenn da Entwicklung da ist, schaffst du es automatisch besser nach oben. Und dann kommt das andere von alleine. Das war heute nicht gut. Nicht gut genug. Klar, da darfst du einzelne Situationen nehmen, wo wir schon zu 10 sind. Aber auch schon davor. Und da müssen wir Schritte machen. Ganz klar. Es muss besser werden. Da darf es der Gegner nicht so einfach haben. Happy war ich, dass ich nicht eingeschränkt irgendwie war. Das war sehr gut, weil die letzten Wochen waren schon ein bisschen anstrengend. Ich hatte da ein bisschen Ungeduld und Frust. Ich sollte natürlich dabei sein, die letzten Spiele. Aber der Rücken hatte da wirklich nicht mitgespielt. Und deswegen bin ich sehr froh und auch ein großes Dankeschön an die Physio-Abteilung. An die Aufbautrainer, also die Athletikabteilung, die mich da wieder jetzt so hingekriegt haben, dass ich da auf dem Platz stehen kann. Ja, erstmal super, dass so viele mitgekommen sind. Und man hat gemerkt, dass die Fans das Spiel gut eingeordnet haben. Die, die auf dem Platz standen, wir haben bis zum Schluss alles gegeben. Und ja, dann ging es einfach nur noch darum, dass nächste Woche dann jetzt halt zählt. Letztendlich, glaube ich, zählt das Große und Ganze. Und da versuchen wir jetzt in den nächsten Spielen das so zu gestalten, dass wir am Ende sagen können, alles klar, wir haben unsere Ziele erreicht. Ja, gegen Stuttgart wollen wir den Fans einen Dreier wieder schenken, zu Hause wieder gewinnen. Und ja, aber dazu müssen wir es besser machen.